eine kleine landpartie wo ist hier der scheißradio da ist das radio oh my god mittagverkehr so jungs kommt mal ran hier hauen wir rein kniffige motorradrundstrecke in form einer acht schon wieder so eine acht die haben es mit ihren achten 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 dann sollen sie doch gleich auf Achterbahn fahren hauen wir rein tück gucksel ja klar setzt ihr dann immer gegen den Helm auf er hängt dann mit dieser Psychobrille zusammen ist das behindert Alter also ich hing auf seinem Heck irgendwie so Alter er fliegt mir seinem Motorrad entgegen was eine Strecke hi boah wohin wohin alter ich glaube die Runde ist klein was für ist der jetzt genauso behindert geflogen bin ich jetzt doch noch zweiter Alter ich hab ja doch alter der ist auch gefressen der hat sich auch gemauelt ey fuck Dicht an den gezeiten haben wir keine Häkchen fahren wir oder 1 bis 16 und geländewagen Oh my god Oh my god Hm, jaja Pfff Kann ich auch den nehmen, die sind alle gleich schnell fast. Oh mein Gott, voll der Panzer. Klatsch ihn weg, Alter. Na scheiße, Motorräder können die hier nehmen. Hab ich ja jetzt nicht dran gedacht. Verbies dich. Aber ich kann den Windschatten nicht klauen, das ist das Problem. Die werden mir einfach so wegfahren. Doch, ist das dämlich. Ich krieg den Windschatten von den kleinen Mopeds. Hallo, was geht? Was ist das? Überhaupt nicht übertrieben. Ja, natürlich. Ich bleib an so nem kleinen Fackfelsen hängen. Er knallt erstmal voll in mich rein, da hinten. Boah, scheiße. War denn das schon wieder? Na ja, war doch keine Kluge, war die in deinem Schlagschiff? Na ja, passiert, ne? Kommt vor. Vielleicht legen die sich ja auch nochmal aufs Mop. Fällt mir ein, hier war letztens ein gestrandeter Wal irgendwo. Ich war in einem Livestream. Ich hab vergessen das Highlight zu machen. Na ja, hätte klappen können. Wasser. Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach du Scheiße. Ich weiß schon, was da auf und zu kommt. Hi, Gewinn! Wie das immer aussieht! Chucky! Chucky! Das ist schon ein Schütter-Trotter-Fazer. Ist ein Benutzer erstellt drin? Ich kann das Ziel schon riechen. Ich kann das Ziel schon riechen. Ja, so geht das ja schon mal gar nicht. Ja, so geht das ja schon mal gar nicht. Pendler-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter. Pendler-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter-Trotter- denn wer könnte schon vor stunden klingeln sollen digga du hast einen geschmack im mund als hätte ein esel reingebäst weil genau das passiert ist und in zehn minuten beginnt eine marketingpräsentation punkt zu punkt von der vorstadt in die city für autos und motorräder Prozent Autos und Motorräder und dabei Regen oder kracht doch jetzt gleich wieder hier schei's ja prass geht es die Stadt noch ja Regen schon etwas verwirrend Alter, ja Kippstoff, Digga Es blitzt und donnert Es ist das Weltuntergangsrennen Ups, Alter Ups, Alter, komm, fahr, 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 fahr Einmal angetatscht hinten und der fliegt da erstmal aus der Kurve Läuft Wenn ihr hier mit Vollgas in den Kurvenbrett hast, bist du selbst schuld, glaube ich Bei Regen gibt dir die Karre direkt flöten, ey Hauptzeit, wie ist Parkhaus Wieder elegant auf Eingelenk vorhin ... ... ... ... ... Hauptzeit, wie ist Parkhaus Bruden werde. So eine Scheiße werde. Onion! Ja, wenigstens ein Sieg. Das war's dann erstmal von dieser Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein!